Hallo liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen und euch heute vorstellen, wie ich den Bastelbogen der Erlöserkirche selber bastel. Wenn ihr den Bogen bekommt, dann sieht der so aus und hier drauf gibt es sogar schon ein kleines Foto, wie die Erlöserkirche nachher fertig aussehen wird. Das da unten ist St. Theodor, das ist die andere Kirche in Pfingst. Die basteln wir heute aber noch nicht. Die Erlöserkirche ist also das obere Modell. Ich habe die Bögen schon einmal ausgeschnitten und um das basteln zu können, braucht ihr ein paar Werkzeuge, die wichtig sind zum Basteln. Das erste ist ein scharfes Messer, das nennt man ein Cuttermesser. Das hat also eine sehr spitze, scharfe Klinge. Ein, ich sag mal, Bastelmesser. Das Bastelmesser hat eine sehr stumpfe Klinge, da kann man sich auch nicht dran schneiden. Das ist wichtig, wenn ihr nachher die Teile ritzt, damit man die leichter falten kann, dass ihr die nicht durchschneidet. Dann braucht ihr ein Lineal, wo ihr dran entlang ritzt. Uhu, ich nehme am liebsten Alleskleber, Uhu Alleskleber, weil man den auch so rubbeln kann und dann geht er wieder weg. Und einen Bleistift, denn mit dem Bleistift könnt ihr die Bauteile, die draußen beziffert sind, noch mal kurz auf der Rückseite durchbeziffern. Das heißt, ich glaube, die Grundplatte ist klar. Das Bauteil 2 ist also das hier und wenn man so ein bisschen gegen das Licht guckt, könnt ihr also die 2 auf die Rückseite schreiben, die 3 auf die Rückseite schreiben, und die 4 auf die Rückseite schreiben. Und auf dem nächsten Bogen, auf dem hier, schreibt ihr die 5 auf die Rückseite und die 6 für das Dach. Und auf dem letzten Bogen die 7 auf den Turm. Auf die Weise könnt ihr nachher die Bauteile, auch wenn ihr die ausschneidet, noch nach den Nummern wiederfinden. Die Grundplatte selber ist also eine ganz normale Pappe, aber die klebe ich auf eine dicke Pappe nochmal, damit das nachher alles ein bisschen stabiler ist und nicht sofort beim ersten Anheben oder wenn ihr euch irgendwo drauf stellt, nicht so gut funktioniert. Jetzt hatte ich gerade noch überlegt, ich nehme die in die Uhr, aber ich nehme die ganz normal. Dafür klebe ich ein bisschen am Rand entlang und dann in der Mitte noch ein bisschen und schon kann man die Grundplatte da drauf kleben. Ruhig ein bisschen erstmal verwischen und dann kann man das da drauf kleben. Wenn es ein bisschen übersteht, ist es nicht schlimm, das kann man nachher noch mit einem scharfen Messer wieder abschneiden. Das ist die Grundplatte. Die kann man jetzt erstmal ein bisschen weglegen, damit ihr Platz habt zum Basteln. Die Bauteile selber ritzen, nennt man das. Dafür nennt man ein Linear und dieses stumpfe Messer und ritzt jetzt an allen Stellen, an denen wir das nachher falten wollen, die Linien an. Das sind also einmal die senkrechten Teile und dann die fahrgerechten Teile sozusagen. Und dann gibt es noch die Diagonalen. Ich mache das deswegen immer so. Auf die Weise weiß ich, dass ich alle Bauteile, alle Teile geritzt habe und muss das Blatt aber trotzdem nicht die ganze Zeit drehen. Dadurch spart mal ein bisschen Zeit, wenn man Zeit sparen möchte. Jetzt habe ich also alle Teile geritzt. Das System ist, immer da zu ritzen, wo auch diese kleinen Ecken sind, an den Klebelaschen. Dann weiß man also, da wird das Bauteil nachher auch noch gefaltet sein. Also an diesen Linien und natürlich bei allen Klebelaschen. Erster Bogen ist fertig. Der zweite Bogen kommt. Auch hier wieder überall, wo die Klebelaschen sind. Und beim Dach in der Mitte, das ist dann der Dachfirst. Hier ist noch eine Diagonale und zwei Senkrechte. Wieder zwischen den kleinen Klebelaschen. Als letztes Bauteil kommt der Turm. Da sind es auch wieder eine Klebelaschen und an der Decke und am Boden. Das ist die Decke. Das ist der Boden. Und natürlich, weil der Turm ein Quader ist, gibt es hier auch noch vier Linien, die wir ritzen müssen. Jetzt brauchen wir das Ritzmesser erstmal nicht mehr, sondern wir nehmen das Schneidemesser und gehen genauso jetzt bloß immer am Rand des ganzen Bauteiles entlang. Immer ein bisschen auf Seite legen. Auf die Weise hat man den Vorteil, dass man nachher nichts zerschneidet, was da drunter vielleicht liegen könnte. Wenn ihr das habt, kommen jetzt nur noch die diagonalen Stellen. Und dann sind die Teile schon mal grob ausgeschnitten. Den Müll immer schön weglegen. Dann kann man nachher auch die Bauteile, die man sucht, wiederfinden. Wie die hier durch die Diagonale. Und dann müssen die Bauteile eigentlich schon gut auseinandernehmbar sein. Als letztes Bau. Na, patsch. Dann kommen noch Bauteile 5 und 6. Da kann man sogar ganz am Dach schon entlang schneiden. Hier wieder ein kleiner Schnitt. Und beim Dach die kleineren Teile auch noch. Ihr merkt das, ich mache die Linien immer relativ großzügig geschnitten. Das hat den Vorteil, dass man nachher die Bauteile ziemlich leicht auch rauslöken kann. Wenn man zu eng bleibt, dann kann man die dann doch nicht so gut immer wieder rausnehmen aus dem Baubastelbogen selber. Jetzt müsste das Dach schon frei liegen. Hier ist es auch. Und auch das Bauteil 5 kann man schon ganz gut rausnehmen. Dafür gibt es jetzt noch die Diagonale Stelle. Und schon sind wir beim letzten Bogen. Da ist das Bauteil 7. Der Turf. Hier ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Deckplatte oder die Bodenplatte durchschneidet. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Und wenn ihr das habt, könnt ihr jetzt noch hier entlang schneiden. Da habt ihr auf jeden Fall schon mal alle wichtigen geraden Linien sauber geschnitten mit dem scharfen Messer. Jetzt habt ihr es also grob ausgeschnitten. Jetzt kommt endlich mal die Schere zum Einsatz. Die Schere brauchen wir jetzt immer dafür, um das, was jetzt noch übersteht, abzuschneiden. Also die kleinen Ecken. Ich mache das immer reihum erstmal. Das ist wichtig, damit man nachher das Bauteil leichter zusammenbasteln kann. So vor allem zusammenkleben kann. Der Turm sieht dann also so aus. Eine Ecke noch raus tun. Das Dach ist ja schon fertig. Also kommt jetzt das Bauteil. Jetzt sieht man nämlich auch noch immer den Namen drauf. Das Bauteil 5. Das Bauteil 2. Hierbei merkt ihr, es ist auch nicht so wichtig, jetzt die Reihenfolge einzuhalten, weil man dann immer ja noch die Bauteilnummern auf der Rückseite der Bauteile hat. Bauteil 4. Fertig. Bauteil 4. Bauteil 4. Und Bauteil 3. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich reihum schneide. Das heißt erstmal in eine Richtung und dann drehe ich das Blatt um und schneide in die andere Richtung. Jetzt habt ihr also alle Bauteile ausgeschnitten. Der Rest wird wieder weggetan. Einfach in den Mülleimer. Und die Grundplatte kommt wieder zum Tragen. Zum Tragen der Grundplatte ist jetzt, oder zum Aufkleben ist es ganz praktisch. Da habe ich an die einzelnen Stellen immer die Bauteilnummer geschrieben. Also 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5. Das heißt, wir fangen einfach mit dem Bauteil 2 an. Das ist das Bauteil, wenn ihr die Nummer nicht draufgeschrieben habt, mit der Nummer, mit den kleinen Kreuzen auf der Rückwand. Das ist also quasi die Stirnband der Erlöserkirche, wo auch auf der anderen Seite das Kreuz ist, innen drin. Dafür nehmen wir jetzt die Klebelaschen, klicken die einmal um. Das kann man gut auf den Tisch machen, dann hat man die auch schön gerade geknickt. Und jetzt kann man sehen, das Zweig geht von da bis da. Und einmal müssen wir das hier nach innen knicken. Und dann würde das schon hier hin passen. Dafür nehme ich jetzt auch sofort den Uhu und klebe das Bauteil auf. Beim Aufgeben, klar drauf aufpassen, dass es schön auf den Linien sitzt. Und dann, Uhu klebt umso besser, je besser er angeklebt ist, also angedrückt ist. Das heißt, Bauteil festhalten, einmal mit dem Daumen oder mit dem anderen Finger schön dran entlang streichen, dann hält das nachher richtig gut. Also ist das Bauteil 2 jetzt fertig, angeklebt. Dann kommt also das Bauteil 3. Das Bauteil 3 hat auch wieder viele Klebelaschen, die man umknicken muss. Hier war doch noch nicht geritzt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr geritzt habt, könnt ihr einfach mit dem Messer drüber gehen. Und dann, wenn ihr dieses Tuck-Tuck hört, hier hat man es zu euch nicht, kann man dann nochmal drüber gehen. Und dann hält man das so ein bisschen, hier hört man es, da auch, da auch. Dann kann man sich auf jeden Fall sicher sein, dass es hält. Und wenn ihr vielleicht doch zu sehr geritzt habt, das habe ich so ein bisschen im Gefühl an dieser Stelle, könnt ihr das jetzt noch kurz verstärken, indem ihr einfach ein bisschen Tesafilm nehmt. Und den Tesafilm da drüber klebt. Also einfach so, dann hält das nachher auf jeden Fall, selbst wenn ihr zu viel geritzt habt, dann könnt ihr da den Klebestreifen nochmal kurz wieder wegschneiden. Also den Tesafilm, damit ihr nachher auch gut kleben könnt. Und dann ist das auf jeden Fall auch wieder stabil. Ja, das heißt also, da wird dann nichts passieren. Das ist das Bauteil 3. Das Bauteil 3 hat einmal den Seiteneingang, dann wieder einer innen nach innen gefalzt und wieder nach außen gefalzt. Das kommt also dann hier hinten, das ist die Rückseite der Kirche. Auch wieder O drauf tragen, jetzt auch auf die Klebestreifen, wo die 2 drauf steht. Denn wir wollen ja das Bauteil 3 auch an das Bauteil 2 ankleben. Wieder drauf. Ich mache das immer ganz gerne so, dass ich das eher nach innen tue, weil innen sieht man die NU nicht so, wenn man es verschmiert. Und dann kann man es langsam vorsichtig an die Außenlinie drücken. Wenn ihr zu sehr auf der Außenlinie anfangt, dann kann es sein, dass ihr nachher den U komplett auf der Grundfläche seht, die man immer noch sehen wird, wenn es alles fertig ist. Und dann sieht das nicht so schön aus. Wieder andrücken. Und schon sitzt das Bauteil 3 auf dem Grundstock fest. Dann kommt das Bauteil 4. Weil das Bauteil 4 symmetrisch ist, ist es wichtig, dass ihr euch das vorher anguckt und feststellt, dass das hier, das sind die Toilettenfenster und hier ist die Küche, das muss also oben sein. Ja, das könnt ihr aber auch da dran sehen, dass ihr hier die 1 seht und die 1 muss natürlich auf die Grundplatte, auf unser erstes Bauteil. Und dann kann man hier noch ein bisschen U dran machen, da kann man das leicht auf das Bauteil 3 einkleben. wieder andrücken, hier noch mal andrücken, da hat es schon das Bauteil 4 fest. Dann kommt das Bauteil 5. Wieder falten, unten falten und nach innen knicken, weil das ja, ich sag mal, der Haupteingang ist. Auch wieder Fenster, überall wo 1 ist, ankleben und das ist jetzt eines der ersten Bauteile, wo wir an beiden Hochkantdingern ein U draufkleben können. Dann werden wir jetzt den Anfang und das Ende zusammenkleben. Und jetzt seid ihr also schon mit allen Wänden fertig, die dieses Gebäude hat. Ich finde es immer ganz gut, die Wände jetzt auch wirklich trocknen zu lassen und damit wir dafür Zeit haben und trotzdem die Zeit nicht verschwinden, machen wir also jetzt erstmal nicht das Dach drauf, sondern den Turm. Der Turm ist ein ganz normaler Quader. Für den Quader einfach die Kanten einmal an dieser Seite, dann unten die Klebelaschen, oben die Klebelaschen und die Decke schon mal vorknicken. und dann die lange Klebelasche ankleben. Und dann, wenn ihr jetzt den Stift nochmal habt oder eine Stricknadel, könnt ihr auch diese Klebelasche einmal so andrücken, und dann hält die nachher besser. Jetzt ist der so und so. Jetzt mache ich das, weil mir wichtiger ist, dass der Boden auf jeden Fall hält. Und dann lasse ich zuerst den Boden anklebe, den Boden drauf mache, drücke und umdrehe und jetzt von oben mit der Stricknadel nochmal die Punkte, die Klebelaschen andrücke. Das hält er nachher besonders gut. Wie gesagt, Druck ist wichtig, auch für Uhu. Bisschen wie bei Weißlein. Jetzt kommt das Dach drauf. Davor ist es wichtig, dass ihr, weil ihr jetzt wenig Möglichkeiten habt, nachher nochmal anzudrücken. Klebelaschen auf jeden Fall nach außen tut. Wenn ihr das habt, nach unten klappen. Und auf Position bringen. Bisschen festhalten. Und schon ist der Turm fertig. Den würde ich jetzt aber noch nicht ankleben, weil wir jetzt zuerst das Dach dann kleben. Für das Dach einmal in der Mitte falten. Und jetzt gibt es den Trick, dass man nicht das ganze Dach sofort aufklebt, sondern nur die erste Hälfte. Das heißt, ich mache jetzt alles, was auf dieser Seite ist, mit Uhu voll. Bis zum First. Aber nicht auf der anderen Seite. Jetzt tue ich das Dach drauf und gucke, dass das hier schon mal mit dem First passt. Unten ein bisschen hält. Und wenn ich das habe, das also schon eigentlich ganz gut sitzt, dann kann ich nochmal das Dach aufklappen. Hier festdrücken, da festdrücken. Und wenn ich das habe, das ganze Dach, sogar einmal das ganze Gebäude umdrehen. und jetzt müsst ihr eurem Fingernvertrauen einfach entlangfühlen, da wo die Klebelaschen aufsitzen. Und dann kann ich dann nochmal richtig schön andrücken. Und selbst wenn ihr jetzt denkt, ist das jetzt wirklich alles ganz gerade, hilft der Druck, schon mal eine gute Position zu machen. Und wenn es jetzt noch ein bisschen schief ist, könnt ihr es einmal noch anschieben und dann sitzt das wirklich gut. Und dadurch, dass ihr jetzt auf jeden Fall eine Seite habt, die richtig gut festklebt an dem Dach, wird das Dach nachher auf jeden Fall auch das ganze Gebäude schön festhalten. Das ist das. Jetzt noch ein bisschen gucken. Ja, sieht gut aus. Und jetzt kommen noch die restlichen Klebelaschen mit U-Hup voll machen. Hier ist es gleich dasselbe wie beim Turm. Alle Klebelaschen ein bisschen nach oben ziehen. Ich zeige das mal also so. Lass sie auf jeden Fall nach oben gucken. Selbst wenn die ein bisschen sind, oder ein bisschen zu weit hoch sind. Aber dann kann man das Dach drücken und das Dach kriegt auch einen richtig guten Kontakt zum U-Hup. Und voila, das Dach steht. Jetzt noch den Turm aufkleben. Und für den Turm ist es wichtig, dass die Tür, die der Turm hat, weg von der Kirche guckt. Dann passt alles richtig gut. Ja, dann habt ihr jetzt die ganze Erlöserkirche gebastelt. U-Hup zumachen und das Modell der Erlöserkirche ist fertig. Wenn ihr dieses Video super findet, dann schreibt mir einfach unten rein oder links oben oder rechts oben. Ich weiß gar nicht, wo man es denn schreiben muss. Und dann würde ich auch ein Video von den anderen Modellen machen. Da müsst ihr aber mindestens zehn Leute gesagt haben, dass sie es toll finden, weil das Modell von der St. Theodor Kirche dauert echt lang. Da brauchen wir jetzt glaube ich zwei Stunden. Alles Gute und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.